So hallo herzlich willkommen zurück zu Let's Play 2.0 Versus Roya 2007 Part 10 und das ist glaube ich das Finale weil ich dort steht Resmania 2.0 Versus Roya Damn und wir zocken das mal Okay Das ist schon mal Chaos Das ist schon mal die Welt Das haben wir schon mal gesehen Das ist schon mal die Welt Ich glaube das ist der letzte Part jetzt Ich glaube das ist der letzte Part jetzt Fangen wir an Das ist gut um die WWE-Chimpie Mein Oberkörper ist gelb Das sieht man aber nicht Aber wie gesagt an diejenigen die das Das jetzt erst sehen Ich bin angegriffen mit einem Schlaghammer Vorschläge jetzt kommt online kommt 4 jetzt wird sich und er kommt ich wusste dass das er jetzt aufstehen Lüttel Lüttel das Ziel jedes Mal warum was machst du 2 Eier es wird gebrochen ich weiß auch nicht gerade was der Toolbrauch gemacht hat die er warst ja war denn dann gemacht hat die schweißen i wanna shakes in this world boah mein dritt gefällt dir? den krieg ich nicht SPRING der kommt der kommt der kommt der kommt der kommt draus schon meine Nachricht bekommen der trifft nicht der kommt der kommt der kommt die die der der Geschafft, wir sind BWA Champion, weil das ein Titelmensch war ein Titelmensch. Ja, der schafft. Der schafft. Wie es weitergeht, ob ich jetzt durchhabe, sind wir jetzt das erste Mal im Magazin. Wie so kann man uns nicht in einem Magazin sehen. Wie so ein WWF-Skazino. Keine. Wie ist das? 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 Nächstes Kapitel. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Was ist das? Wie ist das? k dies war der Geld ob wir gegen Edge kämpfen müssen oder nicht sehen wir im nächsten Part tschüss und bis dann tschau